Die Spera-Gruppe ist ein Konsortium aus mehreren Firmen und ich bin bei der Spera Immobilien GmbH. Wir haben aber auch Abteilungen für Trockenbau, Planung und Garage-Marks. Ich bin in der Spera Immobilien tätig, mache aber das Marketing für die gesamte Spera Group und unter anderem auch das HR. Ich arbeite bei Spera Acoustics, bin Bauleiter und in Salzburg für die Niederlassung verantwortlich. Mein Arbeitsplatz ist Teil Büro, Teil Homeoffice, Hauptteil Baustelle. Ausstrahlungen mache ich von zu Hause oder vom Büro, auf jeden Fall vor dem Computer und meistens ist mindestens ein Baustellenbesuch je Tag drinnen, damit ich schaue, wie weit sind die Arbeiten. Die Spera Group ist ein extrem modernes Unternehmen, auch das Gebäude ist super modern. Ich bin super ausgestattet mit Laptop, Handy und so weiter, also uns fehlt es eigentlich wirklich an nichts da drinnen. Ich als Bauleiter bin, sage ich mal, voll ausgestattet. Das heißt, wir haben alle ein Firmenhandy, wir haben ein Firmenauto, eigene Laptops, dass man auch vom Homeoffice aus arbeiten kann. Die Weiterbildungsmöglichkeiten sind vielfältig, weil ja die Jobbezeichnung und der Job an sich relativ breit gefächert ist. Es gibt immer wieder Vorschläge von der Firma, was man machen kann, wo man es machen kann. Auch so machen wir intern immer wieder Schulungen oder fahren mal auf Seminare hin und das ist echt absolut eine tolle Sache. Ist sicher nicht selbstverständlich. Karrieremöglichkeiten sind auch sehr vielfältig, weil man kann Projektphasen unterschiedlich intensiv betreuen, man kann natürlich auch ins Management wechseln etc. Ist ja alles möglich. Bei mir selber war es so, dass ich grundsätzlich als Immobilienassistentin nach der HAC eingestellt worden bin. Ich bin aber dann immer mehr in Richtung Marketing und HR gekommen und habe mich da einfach voll selber verwirklichen können. Es war absolut super, wenn man in den Unternehmen arbeiten kann, darf, dass man solche Vorteile hat, dass man immer wieder Ausflüge gemeinsam macht. Das finde ich persönlich sehr interessant. Aktuell ist es halt so, dass wir auch auf die Wiener Wiesn fahren, was immer wieder spannend und eher lustig ist. Was bei uns auf jeden Fall ein riesen Benefit ist, ist, dass wir die Viertagewoche haben. Das heißt, bei uns verteilen sie die Arbeitsstunden auch von Montag bis Donnerstag und Freitag ist immer frei. Darüber hinaus haben wir ein Fitnessstudio bei uns im Unternehmen direkt, das was wir jederzeit benutzen können. Die Sperergruppe steht für ein dynamisches, junges Team. Wir helfen uns gegenseitig, wir pushen uns gegenseitig, dass wir weiterkommen. Gleichzeitig kommt auch der Spaß oder die Firmenausflüge nicht zu kurz.